Fester Blitzer in 100 Meter Nach 500 Meter, nach rechts abbiegen Nach 200 Metern, nach rechts abbiegen Fliegen Sie an der Dritte nach rechts ab 32 Metern Row Nach 500 Meter im Kreisverkehr die dritte Ausfahrtmühle. Nach 200 Metern im Kreisverkehr die dritte Ausfahrtmühle. Die dritte Ausfahrtmühle danach nach rechts abbiegen, nach rechts abbiegen, danach nach links abbiegen, nach links abbiegen, nach rechts abbiegen ... nach 200 Metern erreichen sie das Ziel ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.